Gut, oder? Hm. Was von dir? Ah, Malik kommt hergefahren. Ähm, Malik kommt angefahren. Ja, ich. Am letzten Tag so, dass er uns... Oh, ich wusste der Schiebt. Ich wusste es. Ich wollte extra schon zum Baum laufen. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Aber auch jedes Mal schafft er es, irgendein zu überfahren. Ich wollte extra hinterm Baum, weil ich wusste, er sieht dich einfach nicht. Nein, der schau nicht gerade ab. Es tut mir voll leid. Es ist ein Blinkfisch beim Fahren. Echt, du bist echter Birner. Was, ich fahre doch immer gut. Bei RTR fahre ich gut. Du durftest kein Fahrzeug mehr fahren. Ich fahre.